Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Und heute sind wir wieder in Minecraft. Leute, wir spielen heute nicht nur mal Minecraft, sondern es ist ein anderes Minecraft bisschen. In diesem Minecraft gibt es richtig komische Mobs, Digga. Es gibt krasse Villages, es gibt krasse Tempels. Und ich und Omo stürzen uns heute in diese Welt. Wenn euch dieser Minecraft-Content gefällt, lasst ein Abo da, Leute. Abonniert, ich schwöre es euch, ihr guckt diese Videos. Du guckst gerade und du hast nicht abonniert, Digga. Warum? Ich stelle dir 8 Stunden, diese Videos abonniere jetzt. Jetzt genießt das Video. Bruder, warum bist du hier und warum bist du da? Bruder, Bruder. Wir spielen zusammen, Digga. Vergiss das nicht, komm. Bruder, was ist das für ein Spiel, Digga? Siehst du auch, was ich sehe, Digga? Wir müssen aufpassen. Ey, sind das Affen? Da sind kleine Affen einfach, guck mal. Der sieht aus wie du, Amon. Wie süß die sind. Ey, kleine Affe. Ey, hab ich den in meiner Hand? Hab ich den Affen in meiner Hand? Guck, was ich mit dem Affen mache. Guck, was ich mit dem mache. Ey, du hast den auf deinem Kopf, Bruder. Ey, der ist auf deinem Kopf. Komm, wir müssen jetzt craften. Komm, wir nehmen jetzt diesen Bär auseinander zusammen. Niemals, Digga. Doch, locker. Okay, das Nötigste habe ich schon mal. Komm, wir gehen jetzt den Bär auseinander nehmen. Ich will ihn jetzt alleine. Niemals, Digga. Ey, hier ist ein Tiger. Der legt sich hin. Bruder, lass einfach abfassen, würde ich sagen. Wenn du ein Mann bist, fass du ihn an. Niemals, Digga. Fass ihn an. Bruder, was höre ich an? Ey, hier ist noch etwas. Eine Schlange, Digga. Der hat mich gebissen. Der hat mich gebissen, Amon. Ich gehe ins Dorf, Digga. Ich habe Angst. Ich komme. Bruder, das ist ein... Ey, ey. Jedes Tier greift mich hier an, Digga. Was ist das? Ey, die Dörfer sind echt krass hier. Was ist das für ein Dorf? Sag mir nicht, du bist da runtergefallen. Hier links ist ein Aufzug. Nimm den. Ich habe was gefunden. Ich habe... Ich habe einen Bogen gefunden. Richtig guten. Hier ist nochmal ein Bogen. Zwei, zweimal derselbe Bogen. Und... Oh mein Gott, ich habe... Wo bist du? Ja, ich bin drinnen im Dorf, Digga. Oha! Warum hast du das alles schon? Hier, ich gebe dir... Oh, ich habe noch ein Diamond gefunden. Ich kann mir Diamond-Schwert machen. Start, Digga. Warum findest du diese Diamond-Schwert? Die sind hier einfach überall. Ich glaube, diese Willinger sind reich. Boah, haben wir direkt ein Tier schwer... Oh, ich habe Wither-Rüstung gefunden. Was ist das? Und ein... Komm mal in die Mitte. Ich gebe dir das mal. Ich will mal sehen, wie das bei dir aussieht. Boah, Digga. Zieh das mal an. Guck mal, weil deine Augen so weit oben sind. Das bringt gar nichts bei dir, diese Brille. Gib die mir lieber. Gib mal die andere Rüstung. Ich will die auch mal probieren. Nein, das ist meins. Ja, gib mal. Ich will nur probieren, Digga. Ja, gib doch mal. Das ist meins, Junge. Nimm doch deine eigene... Ich stürfe auf alles. Wenn du direkt so anfangen willst... Ich will nicht so anfangen, aber du willst es, glaube ich. In diesem Dorf wird nicht gekämpft. Oh, guck mal, der hat Waffe und Schild und alles. Dieses Dorf braucht einen Namen, Umut. Hier. Hier. Was? Was steht hier? Was steht hier? Ey, du... Du weißt ganz genau, dass es mein Dorf hier ist. Ich habe es zuerst gefunden. Und jetzt schlacht dich alle ab. Das ist mein Dorf hier. Das ist mein Dorf. Hau ab. Okay, Umut, du kannst mir helfen wieder. Komm, wir müssen zusammenhalten. Hab ihn. Oha, das sind sehr viele, Bro. Ein Pison? Okay, ich gebe dir Deckung. Die Pille, ey, die haben ja ein Lager oder so. Alter, wie viele sind das? Oh mein Gott. Umut, das... Renn weg. Renn weg. Renn weg. Ich bin gleich tot. Renn, Bruder, sind alle hinter dir. Oh mein Gott. Ein Bruder, ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig gesehen habe. Aber da war irgendwas in der Mitte. Bei deren Lager. Ich schwöre, ich habe irgendwas gesehen. Da sind noch sehr viele, Bro. Guck, pass auf. Jetzt machen wir die weg, alle. Oh mein Gott, ich sehe es richtig. Die haben einfach einen Gorilla eingesperrt. Einer von meiner Gorilla-Familie. Digga, was machst du? Das heißt Krieg. Bruder, du musst auch die Tür hinter dir zumachen. Er nimmt dich auseinander. Ja gut, gute Taktik. Ey, mit dieser Brille kann ich einfach durch die Wände sehen manchmal. Fast gestorben, Alter. Oh mein Gott. Auf zum Krieg. Es reicht ja mit euch, wie viele seid ihr? Oh mein Gott, Allah, was hier alles drin ist. Bruder, du bist so ein Luggeier. Ich kämpfe viel um Leben und Tod, Digga. Und du? Bruder, Scheiß auf alles. Ich befreie den Gorilla jetzt. Kommt frei, mein Gorilla, Bruder. Geht's dir gut, Bruder? Ey, was machst du? Du dummestig Sche... Weißt du was? Jetzt... Bei allen Scheißen, die du bis jetzt gemacht hast, war das das Heftigste. Ich raste jetzt auch nicht aus oder so, aber weißt du was? Du gehst deinen Weg, ich geh meinen Weg. Opa, jetzt machen wir den Weg. Was tötest du, Gorilla, Digga? Wir kämpfen die ganze Nacht um den... Was willst du... Der ist von meiner Familie. Weißt du, wer meine Familie ist? Geh jetzt lieber weg. Jetzt verschone ich dich noch, aber ich werde dich noch umbringen, du wirst sehen. Okay. Hier ist weit und breit nichts. Hier kann ich bauen. Hier werde ich mein Haus bauen. Hier werde ich meine Ära anfangen. Was ist das für... Was ist das? Ich fang an. Was willst du lernen? Geh ins Wasser, du Fettzack. Geh ins Wasser. Wievollte, das ist meine Base jetzt. Auf die Details geachtet. Ja, wundert euch nicht. Das ist Harambe, mein Affe. Mein Gorilla. Den passe ich hier auf, natürlich. Ja, also alles klein und fein gehalten. Hier kann man sich hinsetzen. Äh, warte mal. Brä bliebt es natürlich. Ja, ja, ja. Hier, Brä. Hier, hier. Ui, ui. Ich weiß, ich weiß. Du hast Hunger. Können wir alles weiter fortsetzen? Digga, ich habe so alles jetzt gemacht, aber ich frage mich, wo Umut ist, Digga. Was macht er da hinten, Digga? Er hat direkt neben mir gebaut. Dieser kleine Hund, Digga. Dieser kleine Hund. Dieser kleine Hund. Warte, warte. Harambe, wir müssen einen Plan schmieden. Alles runter. Schnell, schnell, schnell. Alle Jalousien runter. Harambe, du weißt, wer Umut ist. Er ist mein größter Ernstfeind, Digga. Interessiert es dich nicht? Er denkt, er ist besser als ich. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber meinst du, ich soll das machen? Wirklich? Okay, Mann. Du hast recht. Du hast recht. Ich wollte das endlich nicht machen, aber es ist Zeit. Was? Ich muss jetzt stärkeren Staff finden und looten, Alter. Der wird es schon sehen, Alter. Was ist das, Digga? Oh mein Gott, ein Dungeon. Wenn wir jetzt noch Gegner drauf sind, heißt es, es ist ungelootet, Digga. Ich hoffe es. Jawohl. Oh mein Gott. Okay, ich höre schon welche. Ich höre welche. Ja, kommt her. Das sind echt viele. Alter, wie viele sind das denn hier, Mann? Ich höre Schüsse. Es geht hier ab, Digga. Okay, kommt her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind echt viele hier überall. Wow. Alter, das sind hier viel zu viele, Alter. Zum Glück kann ich mit meiner Brille sehen, wo die sind. Es reicht, Digga. Oh Mann. Diese Fische. Oh. Oh, was ist das? Ich muss hier weg, Digga. Das hält hier nicht aus. Oh. Was macht der da? Macht der da? Warte ab jetzt. Oh Mann. Was machst du da, hä? Er hat auch Waffe. Was machst du in meinem Tempel, hä? Das werden wir noch sehen. Wir werden noch sehen. Wir werden uns noch mal sehen. Jetzt muss ich weg, aber wir werden uns noch mal sehen. Von wo kommt diese Musik? Ich gehe wieder zurück zu meiner Base, Digga. Wer auch immer dieses Tempel erfunden hat, Digga. Das ist viel zu schwer. Junge, ich habe Ender, Watcher, Enten, Schwert. Ich habe das alles. Und das ist selbst zu wenig, Digga. Ey, Jungs. Ich habe dem Umut eine Fall hinterlassen in seinem Haus. Wenn er in sein Haus geht, er wird sehen. Ja, Bruder, ja. Du bist auch aufgeregt. Ich weiß. Warte. Hier. Gehen wir mal zu Umut in seinem Haus rüber. Ich zeige euch jetzt. Er ist AFK gerade, weil irgendeine Ahnung. Er meinte, er über ihm hat es geklingelt. Hier steht, ein Geschenk von mir. Berkuli. Eine Truhe. Doch, wenn er die Truhe öffnet. Oh, shit. Oh, shit. Leute, das ist kein normales TNT. Das nennt sich Troll-TNT. Ich zeige es euch gleich. Meine Aufgabe besteht es jetzt nur noch, Umut zu trollen, Digga. Ist mir scheißegal, weil... Egal. Ich habe Spaß dran. Ich zeige euch jetzt mal dieses Troll-TNT. Ich demonstriere es euch. Hier habe ich noch vier Stück davon. Und ich habe ein Zombie-Apokalypsen-TNT. Das wird auch noch zum Vorspiel kommen. Erstmal zeige ich euch jetzt dieses TNT. Alles klar. So, zeige es euch jetzt. Sag mir mal, hier ist die Truhe. Hier ist das TNT. Jetzt macht der Umut die Truhe auf. Instant. Instant. Das ist ein TNT, das explodiert instant. Ohne Zündschnur und sowas. Das geht direkt in die Luft. Das wird der zu spüren bekommen. Und danach, nach diesem TNT, Zombie-Apokalypsen-TNT. Ich setze mich mal hin, bis er wiederkommt. Ein paar Sekunden später. Ich habe das dickste Karma bekommen. Während ich AFK war, ist mein... Alles explodiert. Harambe, komm zurück. Komm, 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 komm. Alter, musst du das Scheißchen mit dem Holz hier dazu reparieren. Was soll's? So. Harambe. Du musst aufpassen, Digga, wenn ein Creeper hier reinläuft. Ich sag dir, Digga, wenn du noch einmal, Digga, und hier irgendeiner reinläuft, dann wirst du sehen. Mach das das nächste Mal. Ich sag dir, Digga, hier, ihr gewinnt. Oh mein... Alles wieder wie neu. Oh mein... Oh Gott, die Hälfte von meiner Bank fehlt jetzt. Ich muss meinen nächsten Schritt jetzt überlegen. Wann kommt Omut, Digga? Omut, bist du wieder da? Ja. Aber nicht die Kiege, Digga. Renn weg, renn weg, die töten dich. Aber nicht die Kiege, die Kiege. Oh mein Gott, nein. Okay, Omut, ich sag dir was. Guck mal. Was soll? Ich hab dir eine Truhe hinterlassen, okay? Bei deinem Teil, bei deinem Steg. Nein, wo dann? In deinem Steg, also nicht bei deinem Grillplatz. Genau da. Ja, ja, für dich, für dich. Mach auf, mach auf. Was willst du machen? Ja Omut, jetzt kommt mein nächster Schritt, wird eingeleitet. Digga, wenn ich diese Waffen nachlade, kommt da so ein komischer Sound. Digga, wie viele Walrus hast du getötet hier? Ich nehm die alle auseinander, warte. Ich helf dir, kein Problem. Hab alle geholt. Du Bixer, ich hab alle geholt. Omut, es reicht jetzt mit deinem Spielchen. Warte ab, warte ab. Omut, geh mal vor deine Tür. Digga, warum sind hier so viele Zombies, Digga? Okay, Digga, was soll das? Was machst du? Einmal machst du noch Stress mit mir. Ich sag's dir. Ey, pass auf. Es gibt ja eine letzte Warnung. Das ist eine Warnung, die ich jetzt an dich ausspreche, okay? Komm mir noch einmal in die Quere. Dann wird dieses Baby zum Vorschein kommen. Okay. Ja, das war meine letzte Warnung an dich. Omut wird jetzt sehen, was er davon hat. Melko, komm mal los. Komm raus. Durch. Mein ganzes Haus. Du wirst jetzt sehen. Du wirst jetzt sehen. Ich dachte, wir spielen zusammen. Ich dachte, wir haben einmal in unserem Leben ein normales Projekt. Du hast mich gefickt. Wir haben das für zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Omut. Du hast zwar mein Haus angezündet, aber wenigstens habe ich noch eine Insel. Bei dir ist ja gar nichts mehr übrig geblieben. Hä? Was? Wo ist denn deine Sachen? Alles ist weg. Hä? Was ist denn? Was ist denn? Digga, was ist denn? Was ist denn? Ja, deine... Hier ist alles... Bruder, hier kannst du nichts mehr bauen. Ja, du, ich habe auch dein Haus, das Stück. Was wolltest du von den Insel, Digga? Das ist so. Ja, wer... Oh, shit.